die Saison um wir könnten aber jetzt noch mal mit Tiny losziehen denn wir haben jetzt das Tor geöffnet und können damit eigentlich hier vorne den Schalter aktivieren das war und zwar die Tür dort hinten ganz oben ist gemerkt knapp ein bisschen Zeit wie ich finde aber ist definitiv machbar und da war noch ein Ballon, ich habe es genau gesehen aber der war nicht für Tiny der war für glaube ich Donkey oder Junkie die Farben sehen sich da bei den beiden immer so ähnlich aha das war also das ehemalige Schiff von King K. Rool ich glaube es ist das Schiff von ihm die Anzeichen sind eindeutig aber was sollen wir hier hallo gibt es hier was für uns zu holen ich habe nämlich irgendwie das Gefühl dass hier nichts drin ist oh ok ich irre mich da geht es nämlich nochmal durch uah Kampfisch aha hier gibt es eine Banane vor uns umsonst aber nichts weiter ok das heißt hier gibt es ein Spielchen Freunde und dahinter kann Junkie rein das habe ich genau gesehen willkommen zu Bonus Stage willkommen zu Bonus Stage Freunde Kremlin Crash 22 ich treffe jetzt so viele Kremlins wie möglich ich ziele einfach immer nur wahllos irgendwo hin aber das ist euch bewusst das ist nicht koordiniert ich zieh einfach irgendwo in die Ecke wo gerade ein Fremden steht und das muss dann passen alles schaffen wir gar kein Problem easy einfach nur ballern einfach nur drauf da und dann gibt es die nächste Banane unser unsere 91. spielt schon huiuiui so viele schon äh wo ging es jetzt raus ach da war irgendwo noch in der Wand ich erinnere mich als wäre es eben gerade gewesen da da so und dann geht es da wieder raus warum ist der Fisch eigentlich überall wie kommst du in jedes einzelne dieser Schiffe mein Freund ins Licht okay gut gut dann ist jetzt eigentlich die Zeit gekommen für Planky oder eigentlich ist er jetzt seine Zeit gekommen von daher ja hoch da hoch da dankeschön danke dass du nicht das gemacht hast was ich von dir wollte dankeschön so und jetzt man ich hasse das die will da nicht hoch die ist so klein dafür die will da nicht hoch die ist so klein dafür und ich mach das gleich anders so jetzt passt es ey du Typ hehehe Idiot so Lenky jetzt darfst du auch mal ran jetzt darfst du auch mal ran Aua Penner wobei wir eigentlich gleich hier Hilfe Aua Aua Ok der kann ordentlich zuhauen ich möchte jetzt noch mal kurz um ein Tausch was so wieder aufgeladen ach man du nervst merkst du es nicht man das liegt einfach in Ruhe Dankeschön so zu uns mit Lenky auch noch das Baninchen da unten drin Jo Dum 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 Oh Kamera Ich hab das Gefühl Tiny kommt schneller vorwärts So Chunky jetzt aber Beeilung hier 9 Sekunden noch Dankeschön das ging gut so selbe Musik wie eben gerade noch hier gibt es wieder Bananen für uns und viele viele Schatztronen Ah und hier sehen wir schon das Geheimnis der ganzen Sache hier drin beziehungsweise auch draußen nämlich dieses ich sag mal fast in Anführungsstrichen diese Kiste so ist für Junkie wenn du wieder als Lenky spielen willst Z halte Z und nach links yeah ich vergesse deinen Namen immer weil wir können mit ihm coole Sachen machen BAM zum Beispiel das die zerstören oder auch diese Kiste zerstören BAM das ist eine Münze cool können wir die auch ich mag die Musik ich mag alle Musik in dem Spiel hier kann das sein oh können wir nur uns holen wenn wir ein richtiger Affe sind aber film wollen wie passt das zusammen komm schon auch hier das lenken wieder nicht so einfach so hier müssen wir jetzt durch um zu unserer Banane zu kommen ich weiß nicht ob ich ihn noch brauche von daher bleibe ich gleich so ah ok wir haben ihn nur ganz kurz gebraucht ich will aber nur das da haben man gib mir die Banane Dankeschön so dann haben wir dieses Schiff hier schon komplett abgeschlossen das war es ging schnell und ging gut Münze noch geholt sehr gut Dankeschön du 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 irgendwo war hier doch noch eine Münze da vorne genau die nehmen wir auch noch mit und die nicht vergessen sehr gut 65 64 Münzen sollten erstmal für den Anfang reichen auf geht's jetzt aber zu seinem ich sage mal musikalischen Schalter dort hinten ich habe doch hier oben was gesehen aha Bananen aha noch mehr Bananen okay also weil ich mich erinnern kann und so sieht es ja auch aktuell aus wird der Meeresspiegel hier noch steigen danach sieht es aktuell sehr stark aus ich bin hier falsch und man vor dem Koppel hier gibt's ja alleine das sagt er schon auch dass sie der Meeresspiegel steigen wird ich weiß schon nicht durch wen und wie aber die definitiv definitiv noch steigen ich erinnere mich Lenky hatte hier auf seinem Feld Bananen sehr gut Bananen eingesammelt und dann Musik und die Nummer 4 eröffnet sich auch Lenky es wäre schön wenn du überhalb des Wasser bleibst danke wir haben nicht ewig Zeit der kommt nicht vorwärts dieser Affe komm schon na gut dann schwimmen wir halt ist vielleicht auch die beste Idee so wie du dich jetzt gerade anstellt Chunky Lenky ich bring die alle mal durcheinander ok hier ist der Eingang nicht ist der vielleicht hier oh Gott ich sehe das schon kommen ich finde den Eingang nicht das ist 3 da 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 rein da oh Lenky hoch und sehr gut kristallkokosnuss und noch ne kristallkokosnuss und noch ne kristallkokosnuss und noch ne kristallkokosnuss da ist die Banane ok oh Banane Bananen natürlich hier zum Schluss so als schönes Highlight näher Bananen nehme ich gerne mit wir müssen ja wieder auf unsere 75 kommen damit wir eine weitere goldene äh Bananenmedaille bekommt kann schon unter dem Schreibtisch von King K. Rool gut dann sollten wir hier drin eigentlich alles haben und können uns jetzt schön und gütig unsere nächsten goldenen Banane nein willst du nicht die goldene Banane Chunky Lenky Lenky so sehr schön sehr gut da haben wir das Boot hier auch abgeschlossen hätte ich nicht erwartet das geht ja doch recht fix hier alles das da oben würde ich mir doch gerne hol hohohoho na komm her die Nied dort wird sie mal an ich hasse dich so mal gucken nochmal könnten hm wir können nochmal hier reingehen ich wollte ich die Bananen haben Irgendwie fehlt ein Geräusch jetzt kommt das Dankes Spiel so was haben wir denn hier gibt es noch rote Bananen für Didi total vergessen vergessen ok ich glaube es war ein verbotener Bereich dann halt nochmal zurück vielleicht auch ganz gut so dadurch kriegen wir wenigstens die fünf Bananen hier noch sehr gut und wieder kein Verwandlungssound in dem Moment wo er sein sollte warum auch immer so ich will die hier unten kaputt machen weg da boom irgendwo wird sich bestimmt irgendwas nützliches hinter verbirgen boom zum Beispiel blaue Münzen hey was wir haben haben wir gelbe Münzen für unseren Donkey Kong na komm schon nochmal blaue Münzen nochmal blaue Münzen Lanky was haben wir da denn noch und nochmal Bananen für Donkey diese Musik treibt dann irgendwie ein bisschen an so ein bisschen Stressmusik so schneller 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 ah ich kann nicht vorbei wo könnte es denn hier hin huch was ist denn das ein Tiny Tauschfass ist hier also ein Tiny äh ein Fass für Tiny halt müssen wir uns merken unter Wasser hui gut geflogen mein kleiner unter Wasser gibt es hier noch was für Tiny da hinten glaube ich war nichts mehr hui hier muss doch irgendwie noch mehr gewesen sein ich habe doch so viele Kisten vorn gesehen jetzt auf einmal nur so ein paar äh hoch da ah hier ist noch eine Kiste und komm hol sie dir rote Münzen für die die kommen aber sonst großartig ich habe jetzt ein bisschen mehr erwartet gut dann aber noch eine Sache die wir dann noch übrig haben äh komm schon vorbei ähm das wird aber nicht so einfach glaube ich oh da hinten äh verdammt ich wollte da durch man ok so einmal nach unten und dann nach oben wiii komm schon yay erwischt äh mehrfach zweimal nein ok in die Richtung komm schon wir schaffen das wir schaffen das wir müssen ja das war knapp da ist nichts komm schon das blöde Ding komm schon komm schon komm schon ich ähm ja ihr merkt schon das ist sehr erfolgreich haha jetzt aber und das Ding dreht sich nicht mehr ich ähm ja wo ist denn das Ding wo bist du wo bist du da bist du einmal ah ok man muss nur insgesamt dreimal das erleichtert und da gibt es ganz viel money und da gibt es ganz viel money da schwimmen wir jetzt auch nochmal durch um zu gucken was da hinten ist was haben wir denn hier dadurch dass da so eine Kiste ist äh bleibe ich jetzt einfach mal so ok da muss Tiny durch und wir können sie verwandeln wir können wieder zurück verwandeln Fotos sollen wir hier machen ich komme da nicht drauf es ist mir zu hoch ho ich glaube wir gehen damit Tiny nochmal kurz rein oder ach quatsch wir machen das beim nächsten mal Freunde ich beende die Aufnahme an dieser Stelle bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Zuschauen ich hör schon wieder ins Blatt hier oben ich seh dich genau das ist Donkey Designer da sind noch Bananen ah ja wir wissen wer da hoch muss gut Leute vielen vielen Dank fürs Zuschauen äh ich beende diese Aufnahme wieder von Donkey Kong 64 wir sehen uns beim nächsten Mal ähm ja haben gut was geschafft in der ersten Welt haben können wir mal reingucken jetzt schon von äh 2 Bananen 70 äh normale Bananen Tanja hat auch schon 2 Bananen 45 und die Blaupause genauso wie Junkie der 24 Bananen eine goldene und seine Blaupause wie gesagt Donkey ja so wie immer nicht erfolgreich 10 gelbe Bananen und eine goldene Banane und die hat 59 rote Bananen und eine goldene Banane ein bisschen was ist noch vor uns aber wir haben auch noch lange nicht alles erkundet deshalb hoffe ich ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei würde mich sehr sehr freuen genauso wie ein Abo wenn es es noch nicht getan hat denn dadurch verpasst ihr nichts und unterstützt meinen Kanal genauso lasst gerne einen Daumen nach oben da wenn das Video euch gefallen hat und einen Kommentar denn nö ich kommuniziere gerne mit euch vielen 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 Dank wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Donkey Kong 64 bis dahin Freunde auf Wiedersehen und ciao